Okay, bevor wir mit dem Gridwork anfangen, wiederhole ich einmal ganz kurz, wie das aussieht. Wir gehen erstmal aus dem Bewusstsein raus ins Herz, verankern uns dort, versuchen unser Herzbewusstsein auszudehnen in unseren Raum, gehen dann noch einmal verankern in die Erde, dass ihr einfach hier eine Stabilität habt. Wir verbinden uns mit dem Herzen von Gaia. Von dort aus gehen wir wieder zurück ins Herz und gehen dort in das Herzportal. Während dieser ganzen Arbeit wird ein Clearing des kompletten Energiefeldes stattfinden über verschiedene Töne, Frequenzen und Lightcodes, die wir schicken. Wenn ich lustige Dinge mit meinen Fingern mache und mit meinen Händen und Arme mache, das gehört mit dazu. Das ist die Art und Weise, wie ich hier auf der Ebene des Quantenfelds kodiere. Auch wenn ich lustige Töne von mir gebe oder in einer völlig anderen Sprache spreche, nehmt das mit einem offenen Herzen auf, das gehört mit dazu. Es wird in der Perspektive manchmal etwas sich transformieren. Manchmal ist es, dass entweder die Kollektive, da ich auch channeln werde, durch mich hindurch sprechen, euch auffordern, etwas zu tun. Manchmal kann es sein, dass ich beschreibe, was getan wird aus der Beobachterperspektive, während ich dann weiter das Quantenfeld kodiere und mit den Tönen und Frequenzen weiterhin arbeite mit euch. Wenn wir dann über das Herzportal ins Quantenfeld gehen, bewegen wir uns sehr, sehr nah an die Quelle. Sehr, sehr nah, um das jetzt so ein bisschen hierarchisch darzustellen, in die oberste Dimension. Tatsächlich ist alles ja parallel gleichzeitig. Das heißt, wenn wir uns nach oben bewegen, erhöhen wir die Frequenz, die Frequenz, die Frequenz. Sollte euch in diesem Fall etwas schummerig werden oder anderes, dann lade ich euch ein, die Hand auf die Stirn zu legen und ein kleines Stückchen nach oben zu lupfen. Das hilft, die hohen Frequenzen für euren Körper besser zu verarbeiten. Solltet ihr einschlafen, ist das überhaupt kein Problem. Das kann auch passieren. Manchen wird kalt in dem Prozess, weil viel Ausstrahlen von Photonenenergie auch eine Kühle hervorrufen könnte. Es gibt auch manche Leute, die reagieren mit Body Shaking. Das ist auch vollkommen normal. Deswegen gibt es auch die Decke, die ihr euch hoffentlich parat gelegt habt. Und das Glas Wasser dann für danach, um einfach hier den Körper direkt zu hydrieren. Weil die Arbeit mit diesen hohen Energien und im Quantenfeld dehydriert den Körper ein kleines bisschen. Wo ich euch auch dann auffordere, das Glas wirklich dann zu trinken. Und dann auch in den nächsten zwei, drei Stunden auch nochmal zu schauen, dass ihr hier schön viel klares Wasser in euch bringt, um einfach ja auch den Klärungsprozess zu unterstützen. Wenn wir dann an der Nähe der Quelle sind, wenn ihr nicht weiter hoch schafft, ist das nicht schlimm. Dann kommt die Energie auch zu euch. Solltet ihr es von der Energie her bis hoch direkt an die Quelle selbst schaffen, bekommt ihr ein Keycode. Der Keycode sieht für jeden ganz individuell aus. Jeder bekommt ein Keycode für den Neuanfang. Für den Neuanfang. Nicht nur für euch, sondern für eure gesamte Realität, wenn ihr das möchtet. Für die Erde und für überall, wo wir diesen Keycode hinsetzen. Diesen Keycode, den ihr bekommt, könnt ihr mit euren energetischen Händen aufnehmen. Ihr könnt ihn auch in euch aufnehmen, in euer Energiefeld, wenn ihr das möchtet. Das ist euch vollständig selbst überlassen. Und dann bewegen wir uns wieder nach unten, immer ein Stückchen weiter nach unten, zurück in unser Frequenzspektrum. So als würden wir eine Reise durch die von der zentralen Sonne, der Galaxie, zurück zu unserem Sonnensystem machen. Und von dort aus verankern wir dann die Keycodes auf den verschiedenen Ebenen der Van Allen Bender, dann auf den verschiedenen Frequenzebenen der Erde und dann auch in eurer Realität. Und ja, sodass der Keycode und die Energien der Quelle selbst im höchsten Service und im höchsten Alignment mit euch allen und für euch alle arbeiten können. Okay, wenn jetzt soweit die Orientierung gut ist, lade ich euch ein, gerne die rechte Hand aufs Herz zu legen, die linke Hand darüber. Und durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus. Und mit jedem Atemzug bringt euch ein kleines bisschen mehr in euer Herz. Wenn wir schon mal das Feld vorbereiten, das Grid vorbereiten, durch die Nase, fokussiert euch einfach auf eure Atmung, tiefe Atmung, und züge durch die Nase ein, in euer Herz und durch den Mund wieder aus. Und letztendlich. Und bringt gerne euer Bewusstsein mehr und mehr in euer Herz. Und je mehr ihr euch aus dem Kopf in euer Herz bewegt, umso mehr spürt ihr das Schlagen des Herzens um euch herum. Und um euer Herz herum fühlt einmal das Pulsieren des Herzchakras. Und dann laden wir euch ein, euch etwas auszudehnen, ein bisschen weiter zu machen, auszudehnen aus eurem Herzen heraus. In euer gesamtes Chakra. In euren gesamten Körper. In euer gesamtes Energiefeld. Und in den gesamten Raum und das Haus, in dem ihr euch befindet. Und von dort in die gesamte Stadt. In die gesamte Region. In das gesamte Land. In den gesamten Kontinent. In die gesamte Region. Wir laden euch ein, euch weiter auszudehnen durch die gesamte Erdatmosphäre. Darüber hinaus in den gesamten Kosmos werden wir eure Energiefelder beginnen zu klären, zu reinigen. Auf dem Weg eurer Ausdehnung dürft ihr gerne alles loslassen, alles loslassen, dass euch nicht mehr deen, was ihr nicht mehr in eurem Leben haben möchtet. Und dann geht's euch weiter auszudehnen durch die gesamte Erdung. es ist Zeit für Heilung, Zeit, weil du das zu verlassen, Heilung passieren zu lassen, um mehr von sich selbst zu sein, ursprünglichen Ausdruck, um mehr von sich selbst zu verlassen, 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 Negativität, Schuld, Karma, Leiden, all das darf hier auf dem Weg zurückgelassen werden, mit der Entscheidung, dass genug ist, genug des Leidens, genug von Karma, genug von den Gedanken, Schuld büßen zu müssen, mit all den anderen Ideen des niederen Bewusstseins, der ihr euch in niederen Frequenzen haltet, erst an der Zeit loszulassen, um zu transformieren in eurem höheren Selbst. Ihr als die Quelle habt, die Kraft zu entscheiden, was ihr in eurem Leben sehen wollt, und was nicht mehr, und was nicht mehr, und all das, was ihr nicht mehr sehen möchtet, könnt ihr hier loslassen durch die Entscheidung, euch freizusprechen von all den Konstrukten. 1. 1 1 1 1 1 1 1 Und dann, wenn du dich mit dem Gehirn anstattest, Und all die Erfahrungen, dem, was ihr hier loslasst, werden gespeichert im Zentrum des Ethers, der Akasha, wo alles zusammenfließt und von dort aus zu wissen und Weisheit über die Qualität, von all dem bereits erlebten, dachten und gefühlten. Und all die Erfahrungen, und spürt, wie aus der Akasha im Zentrum, all das Wissen zu euch zurückströmt und euch erfüllt, das Wissen euch durchströmt. Und ihr spürt, dass nichts von dem mehr erfahren werden muss, da bereits alles in Weisheit in euch ist. Ihr als die Quelle, ihr als der Schöpfer habt erkannt und losgelassen. Mit diesem Wissen kommt langsam in euren Körper zurück. Spürt eure Aura, spürt euren Körper und euer Herzzentrum, von dem ihr die Reise begonnen habt. Nehmt einen tiefen Atemzug in dieses Herzzentrum. Fühlt euch in diesem Herzzentrum. Und bringt euer Bewusstsein einmal ein bisschen nach unten, Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel. Und nehmt einen Atemzug in dieses Zentrum. Und nehmt einen Atemzug in dieses Zentrum. Mit eurem Atem in dieses Zentrum. Öffnet dieses Zentrum. Und während ihr atmet, strömt das ganze Wissen, das ihr zurückgeholt habt in diesem Körper. In dieses Zentrum. Shukui-Heter. wenn wir dieses wissen verankern und die kristalle innerhalb dieses zentrums für jeden einzelnen reaktivieren gerne ein band jetzt aus eurem wurzelschakra wandern in die erde in gaya schicht für schicht für schicht bis zum zentrum des kristallinen herzen wenn euer band an dem kristallinen herz von gaia angekommen ist entwickelt euer band um sie herum und nimmt währenddessen einen tiefen atemzug in dieses wundervolle kristalline kraft zentrum so gut und was die energie aus diesem zentrum sich verweben mit eurem bahn und nach oben wandern schicht für schicht für schicht für schicht bis in euer wurzelschakra schuppe wenn wir die anbindung versiegeln das gerne jetzt auch mit eurem atem die energie von eurem wurzelschakra nach oben wandern er will für wirbel für wirbel in euer herzzentrum nehmt einen tiefen atemzug sobald die energie euer herzzentrum berührt in euer herz und dass die energie weiter wandern wir für wirbel nach oben ein haltschakra vorbei bis in euren kopf der zirbeldrüse vorbei bis zum grundschakra und von dort nach oben in den kosmos im kurzen zwischenstopp im höheren selbst portal durch 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 und nehmt einmal einen tiefen atemzug in diese öffnung nehmt einen weiteren tiefen atemzug in euer herz und die öffnung nehmt einen weiteren atemzug in die öffnung euer herz und in das tristalline herz von gaia bringt einen fokus noch einmal in euer herr in eurem herz pulsiert ein portal ein wunderschönes portal dass jeder mit seinen individuellen eigenen augen sieht und wenn ihr bereit sein laden wir euch ein in dieses portal zu treten dieses portal wird euch in der energie und frequenz stück für stück erhöhen in die verschiedenen ebenen hinein in denen ihr existiert er existiert auf allen ebenen ihr springt von euren verschiedenen versionen mit eurem bewusstsein immer wieder in die nächsten höheren versionen bis zurück zur quelle selbst wenn ihr bereit seid geht in dieses portal und lasst los in das quantenfeld auf eurem weg zurück zur quelle zum höchsten ausdruck von euch selbst cookie da ja ich würde ihre frequenz höher und höher werden ihr leichter und leichter werden weiter und weiter mehr aus mit jeder ebene ich mehr werdet weniger physisch mehr energie mehr nicht mehr sein verbindung zu euren körper stabil halten stabilisieren ich begleiten an den körper aufpassen dass die verbindung stehen bleiben wenn ihr immer weiter ebene für ebene ein sprung für frequenz sprung weiter wandert höher und höher mehr von euch selbst werden magia wert durch und spürt euch gerne einmal auf der ebene der engel und erzengel und spürt euch in dieser ebene maguisitieren 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 und dort aus geht gerne noch ein stückchen höher maguisitieren 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 maguisit einen Keycode für den Neuanfang von höchster Frequenz. Nehmt diesen Schlüssel entgegen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr diesen Schlüssel in euch aufnehmen, in euer Herz. Wenn ihr möchtet, dürft ihr diesen Schlüssel auch einfach in euren Händen tragen oder in eurem Energie fällt. Fühlt diesen Schlüssel, das Neuanfang, die Kraft, die Power dahinter, die Kraft, einen Neubeginn zu starten, die Frequenzen im höchsten Einklang, im Seelenweg und dem Weg des Kollektives zu aktivieren. Fühlt den Code, wie ihr sich bewegt, wie ihr pulsiert, welche Informationen ihr in sich trägt. Haltet ihn in euren Händen oder in eurem Energiefeld oder in eurem Herzen. Bewegt euch langsam, Stück für Stück, Ebene für Ebene zurück. Euch in der zentralen Sonne der Galaxie wiederfindet, nimmt in diese Sonne einen tiefen Atemzug. Spürt das Geschenk der Quelle in euren Händen. Wie viele andere von euch jetzt neben euch sind. Euer gesamtes Team, mein Team und all die, die mit euch gemeinsam den Code bekommen haben. Fühlt die Verbindung zu ihnen. Spürt ihr. Spürt ihr. Spürt ihr. Bewegt euch von der zentralen Sonne in unser Sonnensystem. Und durch das Portal der Sonne hindurch zu unserer Erde. Und platziert euch rund um die Erde mit den anderen ihre Key Codes halten. Und laden euch ein, eine Kopie des Key Codes in gleicher Stärke, gleicher Kraft. Und an dem Ort abzusetzen, an dem ihr euch in Distanz der Erde befindet. Die Intention genügt, dass eine Kopie des Code jetzt vor euch erscheint. Und ladet den Code ein, sich zu aktivieren. Ladet die Quelle selbst ein, den Code zu aktivieren im höchsten Service, im höchsten Alignment. Und spürt, seht, wie die Codes anfangen, nicht nur von euch, sondern von allen. Sich zu aktivieren und ein Netzwerk, ein Netzwerk zu bilden. Und um die Erde innerhalb der Vanelland Benderschuk. Wenn an euch einbewegt euch ein Stückchen weiter auf die Erde zu. Und setzt eine weitere Kopie des Code. Auf der Ebene ab, die sich für euch stimmig anfühlt. Und wiederholt gerne den Prozess. Seht den Code vor euch in Kopie. Ladet ihn ein, sich zu aktivieren. Bittet unser, euer Team den Code zu aktivieren. Ladet die Quelle selbst ein, den Code zu aktivieren. Der Code zu aktivieren. Der Code zu aktivieren. Im höchsten Einklang, mit euch, dem wie sich die frequenz um die erde herum erhöht mit eurer intention und mehr licht quotienten mehr fotonen energie bereits jetzt sichtbar wird und spürbar wir laden euch an eine weitere ebene nach unten zu wandern und den keycode erneut auf dieser ebene in kopie vor euch zu sehen und zu aktivieren sieht wie dieser keycode sich aktiviert mit eurer intentionen im höchsten service höchst allein mann und ein weiteres netzwerk bildet mit all den anderen keycodes ein multidimensionales netzwerk das nicht nur linear sondern quer durch die ebene quer durch die schichten jede dimensionen mehr jede ebene weitere ebenen aufschließt mann wir euch ein euch auf die erde zu bewegen und an einem ort der euch jetzt ruft begebt ein ort der den keycode jetzt am meisten braucht keine sorge daheim werdet ihr den keycode auch noch einmal aktivieren doch fühlt in den ort in die erde jetzt braucht wo der keycode des neuanfangs dringend benötigt wird und geht an diesen ort und setzt den keycode an diesen ort den keycode den originalen keycode in euren händen setzt ihn an diesem ort ab den keycode wenn ihr ihn in eurem energiefeld getragen habt setzt ihn an diesem ort ab wenn ihr ihn in eurem herzen hattet gebt ihn an diesen ort ab in dankbarkeit und liebe gebt ihn an diesen ort ab und aktiviert den code mit der intention der kraft eures herzens dass die quelle selbst er das gesamte team durch euch hindurch diesen code aktivieren möglichst service im höchsten alignment und spürt wie all die anderen codes die zu dieser zeit auf der erde verankert werden sich mit aktivieren und auch hier ein weiteres netzwerk bilden und sich verbinden mit den keycodes die er davor gesetzt hat in einem multidimensionalen netzwerk und die keycode sich noch verankern mit dem zentralen herzen von gaia und in ihr ebenfalls heilung und neu beginn geben heilung transformation nehmt gerne noch mal einen tiefen atemzug in den code in die neue energie sich um die erde aufbaut wie sich eine decke von licht und hochfrequenzen um den planeten und in jedes herz legt jeder die möglichkeit bekommt das realität angebot eines neuanfangs anzunehmen der bereit dafür ist der es möchte jeder der ein neuanfang beginnen möchte wird von energie der cold aktiviert und hat die möglichkeit die energien mit aufzunehmen und wir laden euch ein euch wieder in das hier und jetzt zu begeben den ort an dem ihr seien in eurem körper während das gesamte netzwerk der keycode ein neugierenden keycode manifestiert ein keycode für euch für euch alleine der euren individuellen neuanfang bedeutet im höchsten service im höchsten einklang mit den tiefen wünschen eurer seele und eures höheren selbst und spürt wie der keycode der neue keycode sich in eurem herzen beginnt zu materialisieren während eure guide und mein team euch unterstützen diesen keycode zu integrieren und zu kalibrieren dieser keycode ist ein geschenk von uns an euch von euch selbst an euch um euch zu erinnern dass ihr jeden moment alles sein könnt jeden moment wählen könnt und dieser individuelle keycode für jeden einzelnen von euch trägt die gesamte kraft das gesamte potenzial des absoluten neuanfangs in sich und ist bereit euch im höchsten service zu dienen wann immer ihr es wünscht nimmt einen tiefen atemzug in diesen keycode der sich in eurem herzen weiter und weiter manifestiert spürt die energie den spin bewegung und lasst ihn sich ausdehnen in euer gesamtes energiefeld und in jede ebene eures bewusstsein jede ebene eures seins und in euer gesamtes leben eine gesamte realität bewegung und in die eures seins und in die eures seins und in die eures seins und in die eures Und ganz langsam beginnt wieder, eure Arme und Beine zu spüren, eure Hände, Zehen und Finger. Und in eurem Tempo beginnt, euren Körper zu bewegen, zu recken und zu strecken. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr eure Augen öffnen und euch umschauen. In der neuen Energie, die ihr auf die Erde gebracht habt, die ihr in euch gebracht habt, eure Realität. Und als Realitätsangebot in die Realitäten von so vielen anderen. Während wir noch eure Energiefelder kalibrieren, manche benötigen etwas mehr Kalibrierung. Und wenn ihr möchtet, trinkt gerne mal einen großen Schluck von eurem Wasser, das ihr parat gestellt habt. Willkommen zurück, ihr lieben Mäuse. Willkommen zurück. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr gut gefallen. Es war mir eine große Ehre, euch hier begleiten zu dürfen durch den Keycode des Neuanfangs. Ich möchte euch noch einladen, jetzt wo ihr noch online seid. Am Donnerstag ist noch ein Gruppen-Channeling-Event. Es gibt noch zehn freie Plätze. Wer möchte, es gibt eine Lightcode-Quantum-Transformation und die Möglichkeit, eine Frage zu stellen an das Kollektiv, das gechannelt wird. Es gibt auch noch ein paar freie Plätze für den Timeline-Shift-Kurs im Mai und für den Starseed-Aktivierungskurs auch im Mai. In dem Starseed-Aktivierungskurs werde ich ganz, ganz viel über die Mondmatrix und das Ausbrechen aus der Matrix sprechen. Für die, die möchten, lade ich ein, die Reise mit mir zusammen zu gehen. Ich danke euch allen.